Ich finde es, manche sagen vielleicht, das wäre ganz schön gewagt. Ich habe hier absolut no Kontakt und bin einfach, ich glaube also der Carlos, das ist ein paar Jahre her, der hat auch mal einen Trucker mitgenommen, der Carlos, ein ganz schräger Vogel, Figueredo-Transportes, der hat mich da mitgenommen, aber ich bezweifle, dass ich den in Avero finde. Nur ja, auf jeden Fall bin ich ganz neu hier und ich werde das Kaff untersuchen hier, der Kaff, das ist schon eine riesen Stadt. Das scheint relativ gepflegt an zuzugehen, es gibt hier nicht viele böse Jungs, jedenfalls hat der mir das gesagt. Und dann schaue ich mal. Diesmal habe ich sogar Handys dabei, Jungs, ich verschenke die Dinger, also wenn ihr mich klaut, seid das selber schuld, weil ich würde euch vielleicht sogar umsonst eins geben. Ne? Ja, genau. An alle armen Leute, die immer neidisch sind auf die Deutschen. Ich bin ja selber einer, der arm ist und neidisch auf die Deutschen bin ich überhaupt nicht, weil ich in Deutschland Politik total scheiße bin. Vor allem, wir sind ja noch ein Teil von Amerika. Wir sind ja eine Kolonie von Amerika. Ich meine, wann machen wir endlich mal einen Friedensvertrag? Alter, ganz schnell noch an den Kopf, ey. Jetzt haben wir vorhin ein Plakat gesehen, da stand drauf Deutscher als Deutschland. Auf der linken Seite die Merkel und auf der rechten Seite irgend so ein Marionettenkopf, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Politik nicht so aus, den habe ich nicht bekannt. Aber ich komme da mal noch dazu, das werde ich fotografieren, das Plakat. Gibt garantiert Zoo nicht in Deutschland. Ja. Ja.